Das ist alles für die Nintendo Switch-Headlines. Da läuft ein, da läuft ein scheiß Animal über die Straßen und du stirbt. Lass es sterben. Oh Mann. Nein! Oh Gott. Mach ne Pause. Geh, ja, geh, geh ackern, mach, mach Pause bis 2020. Ist mir scheißegal, weg. Bleib weg. Ehrlich. Geh weg. Okay, das musst du mir nicht angucken. Ich hasse Animal Crossing. Er wollte zu einem Camera Smash. Wow. What? Huh? What? So, wir sind Fighter mit in Smash. Oh, bitte nicht. Nein. Don't do this. Don't do this, don't do this, don't do this. Please, nein. Als ob. Ja. Nein. Doch. Nein! Doch. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Zicker ist. Nein, 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 nein. Okay. Was? Nein! Why? Ich wusste, sie wurde irgendwo von Fans gefordert, aber warum? Nein! Wie sollen sie denn kämpfen? Das ist doch ein unnötiger Kind. Ja, da hast du eine Antwort. Sie ist ein fucking Ekko-Falter, richtig? Please. Ja, sie ist schon ein Villager drin. Oh, es gibt so unnötige Charakter im Spiel. Das ist immer so geil, die werden alle total kaputt gehen. Oh mein Gott, kein Avenue Crossing. Das ist nur Smash. Ich hau doch Stop-Syn-Purt raus, der wird stehen. Ah, du Scheiße. Nein, ey. Ich in Smash? I didn't see that coming. Oh mein Gott. Wo ist Shadow? Wo ist Shadow? Du dumme Stück Scheiße. Wo ist Shadow? Nein! Nein! Jetzt bin ich dir auch nicht. Oh nein. Wow. Ich hoffe, was eigentlich so bedeuten, ey. Das ist creepy as fuck, what the fuck. Ein bisschen. Er hat eine Switch liegen. Nein! Nein! Don't. Ich hab gesagt, es soll mal nach oben sehen. Okay. Komm, Happy Home Designer auf das Bitch, ja? Der hat einen Sinn. Wie? nein das wird so viel zeit fressen jetzt können die alle endlich ihre fresse halten gott fucking damit freut die leute ich muss alles süchtig macht es ist beendet